Jan, hast du DC? Dann könntest du vorbeikommen auf dem Server So, hier haben wir mal ein First Aid Kit, da hauen wir mal eine Packung rein Was? Seit wann? Also das ist voll Badly Damaged, Badly Damaged Blood Pack brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht So, dann kommen die zwei Swap Add Bis er das nicht gleich hinein tut So, dann kommt da der Saline Back noch hinein Und ich würde sagen, das reicht einmal Da haben wir das Zeug rausgeschmissen Badly Damaged, nehmen wir trotzdem mit Eine Jacke, war die schaut geil aus Und Da fehlt noch die blaue Hose und dann So Barometri get jacket Wir haben eine Pustin, die ist besser Jetzt können wir sich nachher verkaufen Oder rot Aber die ist wo an Ich weiß nicht, rot oder blau, schreibt es uns in die Kommentare Ich kann ja nochmal hingehen So, jetzt müssen wir nur schauen, ob man dazu der Ah, die ist auch jacket, halt unnötig Perfekt Perfekt Gehen wir gleich weiter Das können wir nehmen Da ist wieder eine rote Da ist wieder eine rote Rot gibt es wirklich viel Aber es gibt die blaue auch Das ist halt die Frage, ob du eine Eine Hose in rot zuerst findest Oder eine blaue Weil es wäre schon cool einmal Einheitlich herumzulaufen Da schreit schon wieder einer Einer von meinen Lieblingen Ein fertiges Saline weg Kommt gleich da hinein Nein, 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 nein Ah Was? Von wo kommt der auf einmal? Hat er einen Vogel Boah, jetzt So, ja, Jus Ich hab, ich glaub der ist draußen Wir werden gleich einmal Früchte essen So, ich will kurz einmal meine Jacke anschauen Okay, die sind auch Pustin Die Packung kommt wieder da hin Die Packung kommt wieder da hin So, da vorne liegt auch noch irgendwas Okay, brauche ich nicht Antibiotika So, wieder scharf stellen Scheiß, wie die Scheiß Pack damit den immer verscharf stellen Was eigentlich eh nicht gehen sollte Aber schaut einfach besser aus, wenn es scharf ist Kurz noch aufs Dach rauf schauen Ob da irgendwas ist Und dann gehen wir in Richtung, würde ich sagen Schule und so weiter So So Nope Das war's Dann ab hinunter Nimm die Achse in die Hand Nimm die Achse in die Hand Das ist manchmal so ein Bug Ich kann die Achse grad nicht in die Hand nehmen Wenn die Cola Dose geht Ja, jetzt geht's, okay Komisch Ah Wir sind ja noch weiter runter Sonne steht schon ziemlich tief unten So, Supermarkt war ja, dann gehen wir runter zum nächsten Supermarkt Aber Da haben wir noch die Flair drinnen, das schaut auch geil aus noch So So, dann da runter auf Supermarkt und dann Richtung Schule weiter Wollen wir mal irgendeine Waffe vielleicht finden Wie viele Leute sind denn da auf dem Server? Hm Gerade nicht so die Masse Können nachher vielleicht auch noch auf einen anderen Server wechseln Aber es bringt halt nix, wenn ich mich hochlooten muss, bringen Und hinter uns schon wieder Zombie So So One hit One dead So Runter geht's Können zwar gerne aber auch schreiben, die jetzt da sind Wo wir hingehen sollen Mich würde nachher von meinen Leuten, die auf YouTube das interessieren Beziehungsweise euch, die hier jetzt sind Interessieren was Ob sie jetzt besser findet, wenn wir streamen So Dass ich das streamen soll, dass die Qualität vielleicht schlechter ist Aber dafür noch zusätzlich ein Stream kommt Oder ob sie das wieder aufgenommen werden wollen Nur zu zweit mit guten Oder vielleicht mit anderen Leuten Das ist gerade ein bisschen problematisch mit der Zeit Aber wir müssen schauen Wie es läuft Wird schon irgendwie wieder werden So ein Dosenöffner Perfekt Dann kann ich nämlich den Schraubenzieher wegschmeißen Was liegt da unten? Irgendeine Munition Munition nehmen wir mal mit Dann haben wir auch noch irgendeine Das geht perfekt So, dann hauen wir sich einmal die ganze Packung gleich rein Ah, scheiße, ich bin stuffed Das hätte ich jetzt nicht machen sollen Das war jetzt nicht so klug So Für die Leute, die nur so zusehen Ihr könnt euch gerne auch einen Account auf Hitbox machen Ist alles kostenlos Und dann könnt ihr mir auch in den Kommentaren schreiben Was wir machen sollen, wie wir was machen sollen Könnt ihr mich fragen, irgendwas Mein DC Wissen ist doch schon Ein bisschen größer Aber ich will halt als DC Pro Bezeichne ich mich sicher nicht Ein bisschen größer, weil Ich habe einfach schon Ich müsste es lügen So, das schaue ich jetzt kurz nach Ich schaue kurz auf Auf meinen Facebook Auf meinen Youtube Kanal 310 Barts ist heute Der 310 Barts ist heute gekommen Von DC Standalone Ich spiele das ganze seit Jänner Ah, jetzt habe ich da wieder den Pack mit denen Warte mal, was muss ich da drücken Alt, nein Doppel alt war das, oder? Ja, doppel alt So Peck Ein bisschen blaues Licht So, hinterher noch Und dann gleich runter Die Flair zünden wir Nein, die Flair nehmen wir sicher mal mit Vielleicht zünden wir die nachher noch woanders Dann haben wir noch eine Packung Reis Das bringt auch sehr viel Da haben wir noch Schuss Halten Munition haben wir auch schon einiges Das ist halt blöd, dass das da durch den Baummauer durchleuchtet Das brauchen wir Da du bestimmt deine Jeans verbessern Aber sonst brauchen wir sich das nicht mitnehmen Da unten ist noch was zum Essen Na geh So Was haben wir da noch Matchbox brauchen wir eigentlich jetzt gerade auch nicht Weil vorher wollen Megans machen Ja, ich weiß, dass ich ja overfed bin So, hinunter mit uns Aber Nicht da hinunter, sondern wir gehen gleich hinten über die Wiese Dann kommen wir gleich zur Schule So So, da wartet schon der nächste Zombie auf uns Na komm herklaufen So, perfekt So, gehen wir gleich da hinten vorbei Ich bin schon gespannt Wann jetzt in DC nachher die Autos kommen Weil versprochen sind sie ja schon länger Warum die noch nicht da sind Keine Ahnung Weil in der AMA Engine Weil in der AMA Engine Sind sie ja eigentlich integriert schon immer gewesen Oder das baut ja komplett auf die Engine auf Und Servus Mook Du kannst gerne auf den Server kommen Kommen wir ein bisschen gemeinsam Es wird nämlich Ich mach das heute so, weil Guten keine Zeit hat Stream ich jetzt das Ganze Und das sind auch die nächsten Parts Halt für dich vielleicht dann ein bisschen langweiliger Nachher die nächsten Tage anzuschauen Aber Ich habe jetzt mal überlegt Ob ich es jetzt alleine aufnehmen soll Oder streamen Wird nicht viel Unterschied machen Wenn du wissen willst Welches Server Dann kannst Das ist der Boah Ah da kommt schon wieder ein Zombie Muss aufpassen Das müsste der ländliche Zocker Oder so irgendwie sein Aber du kannst mich auch in Steam adden Beziehungsweise wenn du mich noch nicht hast Ich weiß jetzt grad gar nicht Du kannst nachjoinen Falls du Lust und Laune hast Streamen ist cooler damit während du zockst Mit dir in Kontakt bleiben Ja das stimmt schon Ich muss ehrlich sagen Mir macht es auch Spaß Weil man einfach direkt Ein Feedback auch bekommt Es ist halt Ich muss ehrlich sagen Von der Qualität Was nachher auf YouTube kommt Nicht so bombig Muss ich ehrlich sagen Und es wird auch Eher streamen Ein zweites Stampern Und nicht das Hauptstampern sein Bei mir im Kanal Und ich möchte auch nicht Jedes Projekt eigentlich streamen Es ist nur jetzt grad so blöd Mit den Dass wir nicht Aufnahmen zusammen bekommen Deswegen habe ich mir gedacht Ja ich stream das gleich gleichzeitig noch Und mir macht es eigentlich ziemlich Spaß Natürlich wenn ich weiß nicht 100 Zuseher Oder 20 Zuseher hätte Wäre es was anderes Noch Hey geil SKS So wir haben eh ein Scope für das Perfekt So Munition Haben wir keine Wenn ich mich nicht enttäusche Nein Nein Die könnte man was decken Combine Habe ich die jetzt mitgenommen Warte mal Wollte ich die hingeben Ah Empty Was ist die Was ist die Magnumbole Munition Hm Warte mal Was liegt denn da unten noch Was wird denn das da sein Scheiße Schaut die raus Na wieso kriege ich die eine nicht Ja Wäre cool wenn es für Live Tipps Ich gerne zu haben So ich haue jetzt kurz die SKS da mal runter Geh nochmal da rein Und schaue ob ich die Waffe jetzt aufnehmen kann Ich habe keine Ahnung was das ist Ah eine Sporter 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 möchte ich eh nicht Dann nehme ich mir lieber meine SKS jetzt wieder Auch wenn ich keine Munition Und für die Sporter Müsste ich glaube ich Munition sogar haben Ah Okay Crouchen hätte ich können Ja dann hätte ich es wahrscheinlich auch gekriegt Aber Ja Ich habe es ja geschwind am Boden gehabt Was kommt da Okay wieder eine Sporter Ist das die gleiche Sporter die unten zu sehen ist Das wäre lustig So hinunter So dann mal ein Zombie irgendwo Ja wo ist er denn Perfekt So dann wollen wir nicht Und da brauche ich auch keine Da ist auch das falsche drinnen So ein Kompass für uns brauchen wir auf jeden Fall Dann haben wir da was liegt Eh das wäre glaube ich ein elektrischer Warte mal Nein das ist nur ein Telescope Gib die Waffe wieder runter Gib die Waffe wieder runter Gib die Waffe wieder runter Ist besser so So liegt da noch irgendwas Sinnvolles Was ist das Okay Okay Green Band Okay Banane So das brauchen wir nicht Haben wir auch schon Eine Eine reicht vollkommen aus Die Schraubenschlüssel Vergiss es So Dann gleich rüber in Richtung Polizeistation Ich könnte es mir auch gerne vorgeben Wo ich hingehen soll Hey Shotgun Da hätte ich Munition Das wäre interessant Das wäre interessant Wir werden die Shotgun glaube ich Vielleicht mitnehmen Dann habe ich zumindest ein bisschen Munition von Anfang einmal So Der Shotgun sollte sich Die Shotgun braucht wie viel Ah ok danke So das war halt das Bandana Cap Soll man mitnehmen eigentlich Weil das im Notfall immer ein Rack ist Und fast nicht ruined wird So Kann man die Shotgun wie Braucht ihr jetzt die Slots Braucht ihr eine Querreihe Oder braucht ihr mehr Das wäre auch noch zu interessant Zu wissen Hm das braucht wahrscheinlich Zwei Querreihen Wir können aber eh noch ein bisschen Was essen Zwar nicht mal zu viel Aber So scheiße Was machen wir jetzt noch Braucht wahrscheinlich Zwerg Wie er rein schätze ich einmal Oder sie geht gar nicht rein Aber wir könnten noch Ausprobieren ob die Sks reingeht Aber vermutlich auch nicht Na Dann lassen wir es Jetzt wurscht Hätte ich zwar gehabt zumindest Dass ich eine Waffe habe Aber ich will die Die Sks dabei nicht hergeben Für die Shotgun Und absägen werden wir nicht so schnell Was finden Oh die hat sich angeschrieben Das war nicht gut Zu viel gefressen Ah Keine Animation aber jetzt Das ist Vielen Dank.